Mal schauen, was ich heute schönes bekommen habe. Ein Objektiv für meine Kamera, Canon RF100-400. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein. So, das werde ich mit euch zusammen mal testen. So, zunächst mache ich mit meiner Canon EOS R5 mit dem Objektiv 24-105 zwei Probeaufnahmen, einmal mit 24 Brennweite und einmal mit 105 Brennweite. So, jetzt folgen zwei Fotos, einmal mit 100 und einmal mit 400 Brennweite. Gehen wir nochmal zum Vergleich, das 24-105 zu 100er, 400er. So, jetzt mache ich noch ein paar likürlich ausgesuchte Aufnahmen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.